Der Außenminister sagte, wenn es weiter so gut laufe wie bisher, muss die Einschränkungen bald aufgehoben werden. Er bezog sich damit auf die ruhige Reaktion der Zufahrer am ersten Öffnungstag der Banken nach einer zwölftägigen Zwangspause. Der Außenminister lovste die Bevölkerung für ihr besonnenes Verhalten. Um eine Kapitalflucht zu verhindern, hat die Regierung erliebliche Einschränkungen des Zahlungsverkehrs angeordnet. Die Zahlungen im Ausland sind nur bis zu 5.000 Euro im Monat zulässig. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Eintracht Braunstein erst einmal Delta-Weltführung übernommen. Die Braunsteiger siegten am Abend gegen die Nordrhein-Westfalen mit 2 zu 1. Die anderen Ergebnisse hauen gegen 1860 Mönchengen 0 zu 1. Funkskontaktur von Aalen trennten sich 1 zu 1. Das Wetter von Niedersachsen heute morgens ist überall frostig und stellenweise glatt im Laufe des Tages bewirkt. Ab und zu wird ein wenig Schnee oder Schnee regnet.